Mein Name ist Ernst Olrap, ich bin Bundessekretär des KZ-Verbandes Wien. Es ist notwendig, heute hier zu sein am Kallenberg, um den Faschisten nicht das Wiener Stadtgebiet zu überlassen und jeder Millimeter, den sie marschieren, ist zu viel. Daher ist es gut, wenn junge Leute und der KZ-Verband in Verbindung hier sind und gegen diesen Auftritt auftreten und demonstrieren. Okay, aber man sieht weit und breit keine Rechten. Sie verstecken sich noch auf dem Parkplatz, aber sie werden irgendwann einmal kommen. Die Polizei spricht im Moment von 60 Idis, die sich sammeln. Wir haben jetzt den Bus, wie wir raufgefahren sind, selber sechs von ihnen kennengelernt. Also sie sind in der Gegend und wir werden so lange hierbleiben, bis wir nicht mehr demonstrieren können. Danke. Nie wieder Faschismus heißt, dass wir den Faschisten nicht die Straße überlassen. Deswegen sind wir heute hier, weil hier Neofaschisten marschieren. Und die sich als sogenannte identitäre Bewegung tarnen. Das ist der eine Punkt. Und vielleicht kann man das wie das Café Kobenzl auf den Punkt bringen, die zum Beispiel gesagt haben, wir wollen keine Faschisten. Also grenzgenial. Die haben denen keinen Platz gewährt in ihrem Lokal, sondern im Gegenteil. Jeder kleine Braune, die Erlöse davon kommen jetzt im Dokumentationsarchiv zugute. Und das zeigt, und auch Waldgrill Grubenzl hat gesagt, den Wickel geben sie sich sicher nicht. Und das zeigt ja total klar, dass diese Faschisten nicht in der Bevölkerung verankert seien. Und das ist uns enorm wichtig. Kein Fußbreit einfach. Also ich denke, wir haben trotzdem einen Erfolg verbuchen können. Die Idis konnten einmal mehr nicht ihre Route gehen. Das ist sehr erfreulich. Es hat alles viel später angefangen. Sie werden jetzt irgendwie hintenrum zum Leopoldsberg und dann um Kobenzl sein, wo sie auch nichts essen können. Also eigentlich war es ein Erfolg. Vielen Dank.